Stichkot. Hier drüben wird jetzt gerade erst die Inbox aufgemacht. Einmal den Code richtig eingeben. So, wie sieht es aktuell aus? Wir sind gleich am vierten Punkt. Und auf dem Wasser drücken. Eine Minute elf. Also so schnell hat noch keiner den Tag gestartet. Mein lieber Herr Gesangsverein. Eine Minute elf. Also gestern waren die schnellsten waren eine Minute acht und dann gab es einen Stich. Eine Minute elf gleich am Anfang. Das wird ein sehr spannender Tag heute. Hier drüben wird noch verpresst. Wo liegen wir hier zeitlich? Ja, auch. Alles noch unter zwei Minuten. Eine Minute elf. Schapulinski. So, irgendein auf dem Wasser. Oder nee, hast du noch einen. Einen hast du noch. Haben wir unter uns Meister, die 21, 22 oder 23 ihren Meister gemacht haben? Du, ach guck mal, dann hab ich gleich nochmal was für dich. Der Rutenberger Meisterpreis. Erster Platz kriegt 3000 Euro. Lese es dir durch. Am 5. Mai ist es soweit. So, wo sind wir von der Zeit? Zwei Minuten sechs. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Dafür hat der Chef ganz schön vorgelegt. Mit einer Minute elf. So, jetzt kriegt ihr natürlich auch noch was. So. Jetzt gibt es erstmal für den Zweitplatzierten, wir haben keine Verlierer, so eine Zweitplatzierte, den entlüften Schlüssel von Rutenberger. Gehalte, die in Ehre. Und für dich gibt es Multitool. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Was darfst du mitnehmen? Das Kupferkup. Du meinst das Altmetall? Wir verwerfen das doch wieder. Also erstmal vielen Dank. Heute Abend, 17 Uhr, gibt es quasi das große Finale, wenn ihr da noch da seid. Also 1.11 ist schon eine richtig gute Rausschülle. Kann ich dir schon mal sagen. Das ist schon mal richtig gut. Also immer mal wieder vorbeikommen, ob jemand die Zeit geschlagen hat, sehen wir jetzt gleich auch. Denn wir gucken gleich noch nach dem nächsten Kandidat. Ansonsten erstmal ganz viel Spaß bei uns hier auf dem Stand und auf der Messe. So. Hier drüben ein sehr entspannter Kandidat. Ich weiß noch gar nicht, wie heißt du nochmal? Michael. Du kennst dich mit allem aus. Arbeitest du auch mit Rotenbere-Werkzeug? Wir haben mit dem Kälte-Kühl-Gerät gearbeitet. Also du kennst dich so ein bisschen aus. Ey, ich sehe schon. Du bist auch sehr entspannt. Hast du dir alles so hingelegt, wie du das möchtest? Geh nochmal im Kopf durch deine Arbeitsschritte, damit du wirklich so schnell wie möglich gleich die Rotenberger Profi-Challenge hinbekommst. Nee, du kannst das Wasser auch mit nach unten nehmen. Du darfst dir alles so hinlegen, wie du willst. Genau. Ganz wichtig. Für beide Kandidaten. Ihr buzzert, dann nehmen wir die Zeit und wenn ihr fertig seid, wieder buzzert. Zweimal buzzert. Am Anfang und am Ende. So. Seid ihr bereit? Hast du dir alles so hingelegt, wie du das möchtest? Ja, 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 ja. Da gibt es so ein Däumchen. Ready? Auf die Plätze. Fertig. Los. Vorsicht. Hier fliegt ein buzzer. Und da sieht man mal, wie schnell hier diese Kamera durch das große Ziel durchgeht. Denk daran, am Ende kommt ein vierstelliger Zahlencode. Sobald du den hast, geht es gleich direkt nach oben an unsere Box. Hier wird der Zahlencode eingegeben. Darin befindet sich ein Pressring. Und dieser Pressring, der wird dann benutzt, an der Engstelle der Kupferstange. Vier Positionen miteinander zu verbinden. Und das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Zeitlich liegen wir aktuell bei 35 Sekunden. Es kann sein, wenn jetzt nichts schiefläuft, dass wir gleich wieder eine neue Tagesbestzeit haben. Ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er das hier gleich macht. Hier wird richtig sauber und schnell gearbeitet. So muss das sein. Hier drüben habe ich auch schon die Verpressung gehört. Da sind wir in Position Nummer zwei. Und auf der rechten Seite sind wir sogar schon unten angekommen. Zeitlich sind wir bei einer Minute fünf. Wenn er jetzt nichts falsch macht, kriegen wir es noch hin. Was für eine Zeit haben wir? Der Pass ist wieder oben. Der Pass ist unten. Der Pass ist unten. 1,15. Vier Sekunden. Aber trotzdem verdammt schnell. Micha, richtig gut gemacht. Ich bin nicht so schnell. Ich bin garantiert nicht so schnell. Ich habe zwei linke Hände. Das glaubst du, warum ich nur dein Hörter geworden bin. So, hier drüben gucken wir auch noch mal ganz schnell. Was für eine Zeit haben wir? Eine Minute zwanzig. Ey, richtig gut. Dafür, dass du gesagt hast, ich habe die Geräte noch nie in der Hand gehabt. 1,20. Mega Zeit. Also läuft richtig gut. Ich sag ja, am Anfang der Woche hatten wir den allerersten mit vier Minuten dreißig angefangen. Da bist du sehr weit von entfernt. Jetzt kriegt ihr natürlich auch noch was, was ganz, ganz wichtig ist. So, erst mal für dich, es gibt ja die Energiekrise, wenn mal wieder der Heizkörper zischt und pfeift, für dich der Original Rotenberger Entlüftungsschlüssel. Halte ihn in Ehren und für Michael gibt es das Multitool von Rotenberger für dich. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Mega. Heute wird richtig krass. Ich merke schon, heute haben wir richtig schnelle Leute hier. Zwei Kandidaten hatten wir schon. Wo sind die beiden? Wo sind sie? Wer wollte denn noch mal? Wo sind sie? Wo sind sie? Wie sieht es aus mit euch? Hier? Ach, da seid ihr. Ja, ihr könnt hoch. Bist du dabei? Sehr gut. Den ersten Kandidaten haben wir schon. Du darfst dir eine Seite raussuchen. Du nimmst die. Ja klar, kannst du auch machen. Hier darf jeder. Jeder. Nicht nur Männer, auch Frauen. Eine Frau hatte auch am Montag eine Minute Hilfe. War auch richtig gut. Richtig gut. So. Ich hoffe, aber auch nicht. Bis zum nächsten Mal.